Mailand, 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 Mailand. Warum bin ich eigentlich hier? Zur Design Week, aber nicht alleine. Hier wird im Valentino Store live gemalt. Ich tendiere zu diesem Auto. Das ist ein kleines Träumchen hier mit dem Wetter. Anna, redi, dobi! Erster Stopp, Mosaikfliesen. Das ist der Grund unseres Besuchs. Schauen wir mal rein. Was ist da hinten an diesem Rechner, fragt man sich. Es ist eine Wasserkühlung, weil es ist ein Rechner speziell für Spieleprofis. Leistungsstärker, besser. Wer ist dein Vater? Iron Man? Lass meine 10 Sekunden schon. Design Week im Mailand. Was ist das nächste? Superstudio! 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 Da sind ganz viele kleine Popup-Stores. Katrin? Diese Kissen finde ich in der Übrigen gar nicht schlecht. 2 zu 1 für diese Kissen. Finde ich eigentlich ganz cool. Das ist ganz cool. Nächster. Neue neue eine neue Asus. Überall sind die Geheimnisse eines Unterhaufes. Nächster. Ich werde auf dem wesseln. Nexus. Ich habe jetzt den Akku von dem Zenfone Max den ganzen Tag Hardcore benutzt mit allen möglichen Social Media Apps und nun ist er nett. Ich habe jetzt den Akku von dem Zenfone Max den ganzen Tag Hardcore benutzt.